So und damit seid gegrüßt zu einem neuen Part dieser Red Scranders. Wir spielen heute Top Town, was auch immer dieses Spiel ist. Die Demo-Version davon. Wir schauen mal rein, New Game. Gucken wir mal, was das Spiel zu bieten hat. Hey Dad, ich bin in eine neue Stadt und habe einen Job in Bern. Jetzt bin ich in einem Motel temporär, während ich einen mehr permanenten Ort zu leben. Es ist ein bisschen ein Veränderung, aber ich bin über diese neue Abenteuerung. Okay, nur wie ASD. Wir spielen ihn mit ihm, also. Dung Uhrzeit. Nein, nein. Blöds Spiel. Nämlich nicht. Einfach Klamotten so rausgehen oder gehen wir einfach? Was ist die Karte? Einen Waffenschock habe ich schon gesehen. Ich weiß da nicht, wo es geht. Drive the Burger Restaurant. Oh Gott, ich kann die Kamera nicht verstehen. Hoppla. Alles weiter unten. Ähm. Ich glaube, wir wären schon dran vorbei. Jetzt sind wir dran vorbei. Au. Packen. Wir haben ein paar Platz. Das Auto. Kann man das nicht hin. Es liegt auf der Seite. First completed. Go to the door. Start working. Ach Scheiß. Wir arbeiten hier. Was habe ich angestellt, um das zu tun. Um. Um. Do you want to work? Your shift ends at 14. Uhr. Ich hoffe, das geht es angemessen. Um. 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 werden wir schon nicht kriegen, Brot, wir sammeln nicht Brot auf, nicht Brot, darüber bringen, aber noch nicht, wir sind ein bisschen überfordert, wo ist das Brot, Brot, Tomaten, das ist mein erster Tag hier, jetzt zeigen sie, Tomaten, muss abgewaschen werden, habe ich einfach in Luft platziert, muss geschnitten werden, eine Scheibe habe ich da rausgenommen, das ich bin nicht so schnell, was, wie, was, oh, 1, 2, wie können wir das denn jetzt, wie, ihr Fleisch, der kann auch nur, wenn er, zwei Blätter, Salat, Ach du Schande, Was mache ich hier, Fleisch, 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 ist das Fleisch oder ist das, das soll das Brot sein, oder was, ok Brot, das legen wir uns hier hin, das legen wir hier hin, das nehmen wir erstmal eine, ähm, wie mache ich hier irgendwas, ähm, ah, ok, kann was hinlegen, da kommen die, die Tomaten, Blätter, ich bin froh, wenn ich einen Bürger schaffe, und anscheinend Fleisch, oder auch nicht, muss ich, muss jetzt mal gebarten werden, oder, natürlich, ah, sehr lecker, das kriege ich, man muss natürlich nicht mehr richtig stellen, hier, ähm, ich habe hier einen Bürger, für Sie, irgendwen, ein Bürger, ein Bürger, ist der nicht richtig, müssen wir wegschweißen, was mache ich hier, auf den Herd gehen, ich habe da jetzt anbrennt, ähm, ähm, äh, Brötchen, 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 dann machen wir es mal andersrum, wenn wir es aber noch Zeit für haben, wahrscheinlich nicht, wo muss jetzt mal das Fleisch drauf, nicht die Tomaten, das Fleisch, 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 ist doch selig aus, muss ich erstmal das Fleisch drauf, oder nicht, oder nicht, oder nicht, und, Scheiß, scheiß lahm hier nieder, hm, scheiß lahm hier nieder, scheiß amerika, nix geschafft hier im Job, da fährt unser Auto immer noch im Boden, da werde ich wohl laufen müssen, Auto Schrotz, Auto der Hand Shop, ich hätte eher anderes, aber, ok, wir müssen tatsächlich gelogen, ähm, oder du kannst irgendwie GTA-mäßig ein anderes Auto klauen, weißt, wo wir eine Waffe haben, ok, kann ich scheinbar nicht, ok, ok, du kannst nur umschlummeln, an den, zufuß hier durch die kleine Stadt, ah ja, wir sind da, onlineches gadget door, die... was wir bekommen, wenn wir euch wissen, wo du deine bist, also ich weiß, wo du deine bist, hier ok ein gutes vom system ein bisschen gut Session Speer. Session Speer. Fusion Watch. Go to the PO. Hilfe. Ich komme hier wieder raus. Ah ok. Eine dieser Tasten war aus. 70 Meter in diese Richtung. Und warum ist das metrische System? Also das mal raus. Und dann mal 40 in diese Richtung. Zeig dir nur wie ein Navi wie lange du in diese Richtung fahren musst. Ja, das ist nochmal drin in der Stadt. Ja, das ist ein Auto. Hier ist doch der PO oder was? Ah, großartig. Ich komme fisch in die Hand. Ach du Scheiße ist das ein Trick. Ich komme hier nicht mehr runter. Ich komme hier nicht mehr hoch. Hilfe. Ach hier ist ein Leiter. Tief ins Wasser hinein. Wie angeln wir? Invertar. Invertar. Aha, ok. Ok. Ich gehe nicht mal die andere da anbieten. Jetzt. Ok, sehr spannend. Oh nein. Einfach das Beste, was ich in meinem Spiel machen wollte. Hm. Da tun wir es drauf und laden. Wir können dupfen, aber diese kleinen Hecken können wir nicht dupfen. Es gibt nicht mal da. Es gibt nicht mal einen Marker, wo wir sind. Irgendwie kann ich raus suchen. Immerhin. Ja. Hier ist das Hotel. Auto Service. Genereis Auto. Kann ich mir nicht leisten. Das ist irgendeine Abfüllung. Einladen. Auf dem Weg. Oder so. Ah, das ist der. Kann ich mir nicht mal sehen. Dann. Dann. Schub. Ähm. Ich werde das. Durch kann ich mich bewegen. Jetzt. Dann. Auch. Schub. Und kein Gehen geht nicht, fantastisch, sehen wir noch nicht. Ah ja, großartig, dann gehe ich mal nach Hause, hier lief der Hausquests, das war nur am Rücken Bank, ich dachte in der Waffenshop, äh was, was war das gerade? Und hier kommt dann wieder das Hotel, ach hier. Machen wir ihn jetzt mal, oder? Kommt doch anders hier, oder nicht? Und hier, hier, geht's. Und hier, hier, geht's. Hier geht's, hier geht's, hier geht's. für immer drehen wir uns um die Zeit zum Aufwand erst mal drücken Gut, na dann. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Tschau.